Es ist heiß in Deutschland. Sauheiß. Auch im Schweineland im Tierpark Archevada geht es daher etwas träger zu. Im Wasser können es die Tiere gut aushalten und sich mit Schlamm oder Körperbehaarung vor der brennenden Sonne schützen. Allerdings schafft die bunte Bentheimer Sau Binti das nicht alleine. Man sieht es schon, Sonnenbrand an den Ohren. Da müssen die Tierpfleger nachhelfen. An Tagen wie heute, wo wir uns auch eincremen, müssen wir eben ganz besonders auch auf die rosa Tierchen dann gucken. Lichtschutzfaktor 30 soll die helle Sau Binti vor der Sonne schützen. Die hat nur wenige schwarze Flecken, die sie vor der Sonne schützen würden. Die restliche Haut ist so hell wie unsere auch und dementsprechend natürlich auch ganz empfindlich gegen Sonneneinstrahlung. Und das soll sie jetzt ein bisschen mit schützen und pflegen, denn an den Ohren hält der Schlamm nicht so gut, der sonst den restlichen Körper bedeckt. Sie soll ja nicht auch Hautkrebs bekommen. Das ist eine wunderbare Zuchtsau hier. Binti gehört zu den wenigen Ausnahmen hier. Die Teexpertin rät, ja nicht auf die Idee zu kommen, die eigenen Haustiere einzucremen. Bitte nicht die Katze in Sonnenmilch tunken und wieder rausziehen. Das gibt es einmal bei sich selber sehr schwere Verletzungen und zum anderen tut es dem Tier nicht gut. Und das muss auch wirklich nicht sein. Die Tiere wissen, was sie zu tun haben, wenn es heiß wird. Die Teexpertin rät, ja nicht auf die Idee zu tun haben, wie sie zu tun haben, wie sie zu tun haben, wie sie zu tun haben.